Hallo, liebe Freunde, ich bin's mal wieder, die Spinny. Und zwar bin ich heute in L.A. und ich besuche die große Hall of Fame, wo immer die Oscar-Verleihung stattfindet. Mann, ist das toll! Ich möchte auch endlich mal den Stars richtig nahe sein, ja? Ich denke, wenn ich hier schon mal ein bisschen was besuche, dann wird das richtig spannend, ja? Also ich möchte ja auch unbedingt mal einen Oscar kriegen. Das ist ja auch eines meiner größten Wünsche, ja? Ja, guckt euch das mal an, wie toll das aussieht, ja? Man fühlt sich quasi schon richtig selbst als Star, ne? Wenn man mal die Hall of Fame betritt, guckt mal. Och, ist das toll! Alles so schön weiß, ja? Mein Gott, eines Tages, da werde ich hier aussitzen und da werde ich auch einen Oscar kriegen. Ich möchte das schon, ja? Ist auch echt Wahnsinn, wenn man hier in L.A. ist. Man spürt überall die Energie der Stars, ja? Es ist einfach der Hammer. Also ich denke, ob bald wird es bei mir soweit sein. Mein amerikanischer Coach hat es schon gesagt, ja, demnächst werde ich mein erstes Casting haben, ja? So weit sieht er mich schon. Da freue ich mich schon drauf.